Für diese Übung stellst du dich aufrecht hin und nimmst jeweils eine Wasserflasche in die Hand. Nun drehst du die Unterarme nach außen und führst die gestreckten Arme bis über den Kopf. Nun zeigen die Handflächen zueinander und die gestreckten Arme werden über vorne wieder nach unten geführt. Diese Bewegung wiederholst du acht bis zehn Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017